Die sind ja auch, manche sind höher, manche sind tiefer, die langen. Noi. Luftbox machen wir hier oder was, ey? Ja. Was war's tutin? Was war's tutin, ey? Ey, sag mal, du musst gegen mich gehen und nicht gegen den Ref. Aua. Ja, alles klar. Und da kann man nicht, da kann ich nicht mal kontern. Bei dieser scheiß Animation. Ja, auf dem Boden konter ich auch sehr selten. Außer halt, er hat einen Finney, dann achte ich echt drauf, dass ich da ab und zu mal konter. Oh. Ja. Döniken, Alter. Eigentlich sollte er da hochgehen irgendwie raus. Aber naja. Ja. Alles klar, danke. Ich wollte grad aufstehen, Limmel. Ne, ich wollte grad aufstehen, Limmel. Ich hab schon schlagen gedrückt, ich hab, ich wollte schon schlagen. Ja, jetzt zu spät, ey, komm. Ne, wo denn? Ich hab ihn jetzt. Das könnte es sein, Leute. Scott Dawson sieht, dass er in ein ziemlich grosses Problem hier ist. Wie kann er raus aus diesem Verzicht? Ich würde sagen, er beginnt zu fühlen die Druck ein bisschen. Die amount von Verzicht, die er in diesem Verzicht hat, ist absolut verrückt. Ich finde ihn so geil. Diesen Signature finde ich so geil. Hahaha. Hattest du vorhin den Film gemacht? Den hab ich gekontert. Den hab ich gekontert. Hattest du vorhin den Film gemacht? Ach so. Den hab ich gekontert. hat. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo ist denn der hin bei dir? Ach, dieses Eilerschnuck, das ist... Alter, ey, geh mir doch nicht auf den Sack, ganz ehrlich, du scheiß Spiel! Ach so, ach so, das nehme ich als Konter. Ja gut, dann lass mich mal weiter aufladen hier. 1 Back in from the floor. Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me at all, not after the beating he's taken. Loll! Loll! Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Jawoll! Gerechtigkeit! Alles klar! Was so cool! Wird nicht auf die Reihe. Bist du jetzt? Wie ist das? Dann wirst du einfach nicht auf die Reihe. Wird nicht auf die Reihe. Ja, das stimmt. so es geht mir vor dem Geist ja jetzt habe ich mich auch ausrollen gedrückt und er macht es nicht zu spüren in der Nähe für mich zu tun ja macht doch noch länger ja ist okay ein paar Worte müssen gehen ja nur ein Kündigung es weiß nicht drückt schon ich bin schon während ich mich aufladen drücken schon wieder und er macht einfach nix ja okay das nehmen wir nicht die zählte geh weg ja aber ich stand ich bin Ja. Ich hab nur einen Sinier. Ich muss jetzt wieder gehen. Was soll das? Bleib liegen. Dann machen wir den halt so. Dann machen wir das halt so. Jawohl, ey. Ich muss die dreimal drauf drücken, damit der hochklettert. Ich hab keine Waffe. Was hab ich? Oh je. Die sind gut ausgestattet, die Jungs. Ich hab keine Ahnung. Achso, ich hab kein Dings. Ich hab keine Stamina. Okay. Ja, das ist ja gut. Alles klar, hä? Was? Haha. Wixer. Nix ist. Nein, nein. Äh, äh. I can't believe everything that's transpired this far. It's been so physical. Ne, das ist auch... Das ist auch kein Leg Drop, man. Ja, zu viel. Jetzt leckt es. Wieso leckt denn das so? Kannst du dich? Nein. Ich habe keine Ahnung. Das war ein Rchen. Dissert. Ja, das ist ein Rchen. Was ich? Ja, das ist ein Rchen. Lecker. Vergte die Kracht, dann wird es zu über! Das ist das Neck! Das ist das, natürlich. alles klar okay ja ich hier ja wohl ich habe keine stamina mehr und jetzt ist es jetzt und jetzt ist es jetzt er ist es er ist er er ist er jetzt er 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 hat er er hier There we go, Scott Dawson has set it up. And once again, we see a return to this specific maneuver. Hey, whatever works. Both these superstars appear to be operating on fumes here, guys. Here we go, Scott Dawson has set it up. He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. He gets him with a reversal. I don't know where he gets the energy, but it seems endless right now. No, he reverses it. Looking for the finish. Wow, I thought he was a goner. A quick reversal by Scott Dawson. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. If he can't get back to his feet, you're answering the right. Oh, ey. That can't be true, you know? I hate it. 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 There he goes again. Yeah, hello. I clicked on the right. Why do you look at him? Oh. Oh. Also bei 17. Das Spiel war unfertig. Aber wenn du neben gedrückt hast, dann haben die auch genommen. Das ist ein Mensch. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich so lange hier durchhalte, ganz ehrlich bin. Das Spiel war unfertig. Ja, lagging vor so. das glaube ich dir hallo was macht er denn jetzt nein 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 was macht er denn ich weiß ich kenne das irgendwie ich weiß auch nicht warum das ist es ist wirklich adi